Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Die Himmelswacht Die Himmelswacht Wir begeben uns wieder durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Die Himmelswacht Die Himmelswacht Die Himmelswacht Die Himmelswacht Die Himmelswacht Was ist das? 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 Was ist das?